hallo meine freunde ja ihr seht es endlich harz und es funktioniert wieder zumindest bei mir da haben noch ein päckchen offen ich gerade eben gesehen hat damit mal die kältekegel auch gar nicht mal so schlecht ich schreit er schon herum okay beteilte naja ist auch nicht wirklich dann so pralle die eigentlich gar nicht mal so schlecht und hier auch nicht ja beiden wohl mehr als die noch mal eine runde ranket ihr wisst es wurde resettet immer dann mit nemer dann ich weiß gar nicht und für das letzte mal aufgehört haben was schmucke priester ich weiß es kann okay naja starten einfach mal mit dem ich hoffe ich bin jetzt auch wenn ich passe das mit dem zu spiel und bei einigen gehört und gesehen ja wir fangen die freude ist ganz meinerseits ich hoffe dass ich meine erfindung und wir können dann gleich dann auch direkt als kombo spielen ich werde es dann eigentlich auch wenn wir angreifen also mit unserem helden die das dann auch direkt als kombo so viele möglichkeiten die fern ich bin hier wir kommen überlegt ich werde check es manchmal ich werde check es manchmal ich werde check es manchmal Oh, was nehmen wir denn? Es sind zwei weniger. Sprich, will er dann null kosten? Ich frage mich, ob... Los geht's! Ah, der zählt gleich. Wenn das Combo zählt... Nein, sie meine ich, dann bekommen die dann nämlich so einen gelblichen Hammer rum. Ahhhh... Ahhhh... Okay. Mit der Schöne. Ja, dann schnell. Ahhhh... Ich würde dich gerne so zu sagen... Tastingo! Ja! Ja... 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 Das ist unser... Los, Sturz! Haut ab! Ja... Könnte ich doch dann eventuell... Ne, werdet es gleich sehen. Ich hasse Molox. Gib mir mal kurz... Dies ist unsere Stadt! Das war's! Oh Gott, hat er ausgespielt? Ja, mal gucken, was er jetzt noch machen wird. Ah, okay. Aber er könnte jetzt noch mal einen rausnehmen mit seinem Feuerball. Ja, wird er es machen? Wird er es machen? Wird er es machen? Ich hoffe mal, dass es denn in der Mitte wird. Ja! 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 So, jetzt sind wir in dem Bereich angelangt, wo er, denke ich mal, sein Deck daraus besteht, aus hohen Karten. Das würde man natürlich nicht machen. Entschuldigung, ein kleines Beuerchen. Zwei mal schieb. Ja, klug. Was? Drei, vier, sechs, ticke. Auf in die Bresche! So, eine kurze Runde. Ach ja, das ist eine schnelle Runde. Zehn Minuten, aber nicht. Wahrscheinlich auch, nein. Naja. Hier sind wir beim Leg Park. Also dann. Hot Night, wenn es wieder heißt. Arzt und mit allem cool. Da oben.